jo leute was geht ab ich bin sami wieder auf meinem kanal heute machen wir eine neue herausforderung damit ihr den agent johns stil freisch halten kann untersuche eine anomalie die auf der heilfisch insel entdeckt wurde ganz genau hier auf der karte also hier an dieser stelle also wir gehen mal dahin am besten nicht mit karl oder solo karl oder solo wie ihr möchtet aber wir gehen in karl denn da kann man das viel einfacher machen finde ich und ja ich könnte ein leichter lassen kann abonnieren und die cloud aktivieren würde mich echt sehr freuen und ich würde mal sagen wir sehen uns gleich wenn wir in einer runde sind bis gleich ja jetzt sind wir schon in einer runde und wir müssen ganz genau auf der karte ganz genau hier über koral kaste ganz genau hier also an diesem ort hier aber ich zeige es euch wo es ganz genau ist und ich würde sagen wir sehen uns gleich wenn die dort angekommen sind ja jetzt sind wir hier angekommen und hier ist kein gegner einmal jetzt machen machen wir hier hier ist ein schmetterling einmal hier drucken jetzt hier zu der rechten seite ganz genau hier und hier einmal tanzen irgendein tanz auch einen los gen tanz zählt auch haben wir granaten gehen wir rüber und hier müssen wir einmal springen erwartet ich helfe ihnen mal ganz kurz und jetzt gehen wir einmal hier denn und sammeln das mal ein okay das war schon eigentlich mit der rausschallung ich hoffe das video hat euch geholfen gefallen was gerne leichter mit dem kanal lasst die glocke aktiv dass keine videos mehr verpasst und ich würde mal sagen wir sehen uns für nächstes mal tschau und rein zum nächsten mal